So, herzlich willkommen in Ahlen hier. Wir sind 70 Kilometer von Stuttgart. Wir sind 70 Kilometer östlich von Stuttgart. Ahlen hat 70.000 Einwohner und liegt in Baden-Württemberg mit der Postleitzahl 7, 3x7. Ich laufe hier einfach mal quer durch die Stadt und mache ein paar Aufnahmen, wenn in der Stadt nichts Bewegendes, aber auch nichts Schlechtes. Wenn ihr Bock habt, kommt ihr mit. Wenn nicht, dann ausschalten, skippen, macht was ihr wollt. Ansonsten geht es jetzt los nach Ahlen in Baden-Württemberg. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020